Als Verbrämung oder Verbrämen, Klammer, Einranden, wird die Verzierung des Randes eines Kleidungsstückes, besonders mit Pelz, bezeichnet. Das frühniederdeutsche Wort Brame bedeutet Rand, auch Waldrand. Die Gestaltung und Anwendung der Verbrämung richtet sich nach der jeweiligen Mode. Sie kann ein Textilteil völlig umfassen oder es werden nur einzelne Teile besetzt oder eingefasst. Davon abgeleitet wird Verbrämung als Synonym für Euphemisierung, Klammer, beschönigende Aussage, verwendet. Musik Das war's. 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 Das war's.